So liebe Anne, jetzt zeig uns mal, wieviel du in den Mund nehmen kannst. Ich krieg in meinen Mund alles rein. Dann zeig uns doch, was man mit diesem lila leckeren Lolli. Also da muss mein Lolli noch gewissen, ja? Lolli. Weiter, da geht noch mehr. Mach! Und jetzt schau mal in die Kamera und sag mal. Allah! Mein Lolli ist doof.